Heyho Freunde und Willkommen zurück! Ja, ich muss das letzte Mal einfach abbrechen, weil... Ja, weil... Und ja, ich werde jetzt mein Mikrofon so lassen, weil ihr habt euch glaube ich schon an diese Qualität gewöhnt. Und ja, ihr wollt glaube ich mehr meine Stimme hören als ich, als irgendwas anderes. Also anstatt ich jetzt hier mit gedämpfter Stimme rumlaufen, dann könnt ihr euch auch direkt ein Walkthrough angucken, wo keiner redet und halt nur spielen und sowas. Hä? Klack! Okay, ja. Es geht jetzt weiter mit Separate Ways von Ada und seinen Regier. Hä? Was hast du gerade gesagt? Naja, ich hab's nicht verstanden. Komm, wir gehen nochmal hinten hin. Überlaschung! In meinem Gang? Leck! Nächster! Nochmal! Klack! Komm, hä? Mein kleines Taschenmesser hier! Ja, na, 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 na! Ja! Ja! Los! Los! Na! Na! Gott, prüfen wir das nochmal. Die Toilette ist verdreckt. Das Wort Hygiene gehört wohl nicht zum Sprachsatz. Gesatz oder Sprachsatz? Sprachgesatz, glaube ich. Der Dorfbewohner. Hier sind noch welche. Hinten noch einer. Da. Da ist einer drin. Oh. Nächster. Nächster. Bäh! Klack! Klack! Komm her! Nächster. Ist da noch einer? Ne, ich glaub nicht. Gib mir irgendwas, Mann. Macht er nicht. So. Ach genau, wo ich gesagt hab, ähm, wo ist Leons Jacke hin? Ihr wisst das ja noch, oder? Guckt euch Part... Ah, lass mich überlegen. Sieben. Sieben. Sechs. Irgendwer eins davon. Hier, kommt auch noch auf. Goldenes Hühnei. Okay. Stirb-huhn. Stirb-huhn. Was macht eigentlich ein Huhn im Backofen? Egal. Tod. Bööööööw. Jetzt sind die Wäldchen da. Kettensägenfrau. Der warpt doch geil, oder? Da! Äh, bam! Stirb. Los. Ich bin nicht so blöd, ich bin kein Noob mehr. Nicht mehr. Ja. Gut. Ähm, ja. Es ist kein Problem mehr. Ihr werdet nicht mehr sehen, dass ich bei so einem sterbe. Außer vielleicht aus Versehen. Bei so einem ist recht nicht hier. Okay, ich trage mir ein Messer. Kein Problem mehr mit denen. Wird ein Profi digitiert. Säckimann digitiert zu Profi Säckimann. Ich bin jetzt voll, voll Knorke. Egal. Ja, auf jeden Fall sind diese komischen Leute Grütze. Grütze, 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 Grütze. Da oben ist ein Grützennest. Alles Grütze hier. Äh, Munition. Das hat sich gelohnt, das hat sich gelohnt. Oh, ein Grützengabelheu. Und ja, klack, voll in den Bauch. Nein. Oh, sorry. Ich habe nicht gewusst, dass sie sich... Ihnen hinten geht. Guck nicht so. Ja, bügt die sich. So, ein Messer aus der Hand. Ey, der auch. Was ist mit denen los? Mein Gott. So, alle beide. Ja, die geben ja nicht so was. Ja, toll, Geld. Was will ich mit Geld? Dann kaufe ich mir Lutsche oder so. Na, 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 na. Oh, eine Riesenkiste. Wow. In so einer Kiste war Grau drin. Bestimmt so voll ekelhaft schmeckt das jetzt. So voll pampig. So nach Grütze. 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 Gut, Feuer, Stelo. Bam. 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 Ähm. Was? So jetzt alle malen. Genau das wollte ich nämlich. Ja, ja, lass mich. Munition sparen. Hehehe. Mann, ich bin schlau. Ja, ich bin schlau geworden. Ihr wisst es. Ihr wisst es. Wir wissen es alle. Ich habe 68 Abonnenten, meine Freunde. 68. Das ist mehr als 4. Oh Gott, das ist weit mehr als 4. Das ist sogar mehr als 10 mal 4. Hahaha. Ja, ja, ja. Ich kann rechnen. 1 plus 1 ist 11. Eine 1 plus noch andere 11. 1 ist 11. Hahaha. So zu ernst. Puh, ich muss Luft holen beim Reden. Beim Reden vor allem. Ich meine nach dem Reden oder vorm Reden oder... Ich habe schon wieder keine Luft. Egal. Ne, 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 ne. Yeah, Münzen, Münzen. Sie groß sind wie ein Auge. Münzen, Münzen. Sie groß sind wie ein Auge. Was macht er da bei der Kuh? Was macht er da? Warum steht hier kein anderer? Dö, 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 dö. Hä? Nein, wö, weg hier. Wir Tümmen. Uff, 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 uff. Ja, wir Tümmen. Ja. Da ist einer drinne. Ne, komm, hier holen wir uns nicht. Ich mache jetzt mal richtig eine auf feige, feige Nuss. Gibt es feige Nüsse? Ich gebe tauben Nüsse. Nüsse. Ich bin ein taubes Nüsse, ja. Du bist ein taubes Nüsse, ja. Wir alle sind tauben Nüsse, ja. Tauben, tauben, tauben Nüsse, ja. Puh. Rock'n'Roll. Puh, 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 puh. Alle Helme kaputt. Horn, Doktor, Plankton, Salvador. Warum Salvador? Weil dieser komische mit der Kettensäge heißt Dr. Salvador. Mann, das war gut. Schreibmaschine. Schreibmaschine. Das ist ein Befehl. Schreibmaschine. Die 5 nehmen wir jetzt. Ja. Kapitel 2. Kapitel 2. Das verschwundene Ei im Nest. Klack. Klack. Yeah. Dü, 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 dü. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Hinter mir. Da. Ja, ja, ja. Da, 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 da. Wir brauchen die Munition. Ich lasse euch einfach hier. Und ich gehe weiter. Wie ein... Stier. Nein, da muss ich nicht hin. Da, 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 da. Go, Hitler. Ah, ah. Okay, dann gehe ich das hier. Hoi. Moin. Ey. Klack. Starke Frau. Da, 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 da. Ja. Metzl, Metzl. Bo, ha, 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 ha. Art ist, äh. Bang. Bad. Wie, bitte. Der steht an der Granate wieder auf. Warum hat der die Brille an? Warum haben hier alle Brillen an, ey? Sind das voll die Gelehrten? Ja, weg. Nix da, Brille. Brille weg. Toll. Ich kriege nur fucking Geld. Da oben ist auch noch was. Warum steigen die immer 5 Meter vor mir? Mal ehrlich, warum hat der keine Brille an? Schlag, schlag, schlag. Hör ausgetrickst, ey. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mach mal das auch noch auf hier. Komm, direkt mal den ganzen Raum hier durchsuchen. Na, 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 na. Und hier noch die Kisten. Da und da. Ups, ich hab vergessen zu drücken. Tut mir leid. Oh, daneben. Oh, ungetroffen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Witzig, witzig, witzig. Ja, ja, ja. Ja, ja, blablabla und sowieso und überhaupt und ja, ja, ja. Oh, mein Bauch. Oh, oh, oh. Ich muss kurz nicht, ich bin schwanger. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht, brauch ich nicht, brauch ich nicht. Na, 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 na. Ich muss kurz gucken, ob hier auch dieses... Hier war dieser Bierkrug. Andere Seite. Hier. Hier, 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 hier. Da, da drinnen. Ich geh einfach mal runter, okay? Okay. Ich guck mal, was da drin ist. Ja, Gold, Ralf. Ja, dann werde ich halt der still... Ne, werde ich nicht. He, he. Ja, ja, ich hör die ganzen... Jetzt springt ja da runter und ich geh wieder hoch. Mein Gott, das ist wie ein Katzenmausspiel hier. Kicken wir das noch um. So. Ich glaub, die haben sich extra da drunter gestellt. Die wollten unter den Rock gucken oder so. Ja, ja, ja. Wir wissen's doch. Wir kennen euch. Ja, blablabla. Der mit seinem coolen Panama-Hoot da. Headshot. Only one shot will kill. Bam. Tod. Tod durch. Erbrechen. Was? Oh, macht der zwei Axt? He, he, he. Axt. Zwei Axt. Ich mein zwei Äxte. Oder zwei Äxte. Ja, Äxte, wa? Hallo? Ha, 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 ha. Blah, ich schneide deine Banane weg. Blah. Yeah. Oh, yeah. Oh, eine Handkratte in einem Kästchen. In einem Schmuckkästchen. Oh nein, wir müssen mit unserem Enter-Haken hier hinüber. Ja, ja, blablabla. Oder auch nicht. Oder? Ach so, so kann man auch da hin. Okay. Okay. Ja, dann werde ich an der Stelle mal wieder einen kleinen Schnitt machen, wenn ich hier oben... Wenn ich hier oben angekommen bin. Und den hier gekillt habe. Ganz einfach. Und mit meinem kleinen, aus dem Kaugummi-Automaten gezogenes Taschenmesser. Komm her. Ey, das zählt nicht. Buh. Oh, jetzt habe ich Bauchschmerzen. Jetzt habe ich keine Bauchschmerzen, denn die Kräuter, die seit fünf Millionen von Jahren hier irgendwo rumgammeln, haben mich geheilt. Ja. Dann werde ich an der Stelle mal einen kleinen Schnitt machen. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Säki.